Weg! Jetzt bin ich ja beim Explodieren, was ist das? Ach ja, was ist das? Alter, diese Wolken, die flackern total ab. Ich weiß nicht, ob ich das bei dir auch war. So. Komm. Du warst nur zum Selbstschutz, damit du sagen kannst, guck mal, der Pfeiffer ist umgekippt, heb den mal auf. Du sagst, der Server ist leer. Kann das Buch gar nicht mehr zurückmessern? Bestens das Spiel ist schon mal kacke, ich mach mit. Jetzt bin ich gestorben. Du bist direkt in meine Arme, du klumpeten. Oh, ist das süß. Oh, ist der Schneemann? Oh, ist der Schneemann? Oh, ist der Schneemann? Hier, wo ich bin. Wo ist denn noch? Da kommst du mir um den Schneemann zu sehen? Ja. Da hab ich gepinkt. Ach, den Schneemann um die Jahreszeit auf Weg Island ist der. Total. Puss. Oh, geil. Ja, sag ich doch. Wow. Mann, wir gucken dir grad den Schneemann an. Echt mal. Der hat den Schneemann kaputt gemacht. Nein, ehrlich? Oh. Vielleicht können wir ihn wieder aufbauen. Bleib mal, mach was. Du musst den Schneemann bauen. Schneemann geboren. Doch. 36 kills. Der Tank da war auch. Und dann kack am gehen. Aua. Wir können den nicht bauen. Die schießen auf uns. Fählen wir hier mitten auf uns. Ach, der hat gesmockt. Warte. Was muss ich machen? Ich hab gesmockt. Gibt's da ne Taste für? Oder wie geht das? Nee, du kannst ihn kaputt machen. Mit T kannst du wieder aufbauen. Jetzt Tieren. Schöne. Barrikade errichtet. Da kommt keiner dran vorbei. Haha. Da schwimmt einer. Guck mal. Oder? Markiert. Hint? Haha. Oh man, ist das traurig. Geh mal zur Seite. Der Schneemann geht nicht auf. Jetzt. Hast du gehört, wie es gejimt war? Ja, hab ich gehört. Oh, ist das geil. Jetzt mag ich das Spiele. Haha. Haha. Aua. Ich hab ein Sniper. Ich hab auch ein Turm. Steht da drauf. Ja, der mag auch. Haha. Hast du den echten Rüsch? Haha. Ich konnte ihn nicht sehen mit meinem Scope. Ich hab einfach nur auf den roten Punkt geschossen. War das Geräusch drüber? Achtung, Geräusch. Ich hör's auch. Boah, noch 10 Minuten den Scheiß. Ich hab so'n Panzer raus. Aber raus, muss nachschweren. Ich hab keinen Bock hier noch 10 Minuten Zeit zu bereuen. Aber dem, das ist deutschland. Das ist episch.